Sehr gerne zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode. Heute geht es in der zweiten Liga weiter voran. Wir nähern uns ja dem Ende der Zweitligasaison 2015-2016 und wenn euch die Episode heute gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung, ihr wisst Bescheid. Des Weiteren kommen heute noch zwei andere Videos. Eins ist schon da, zwei kommen noch. Also heute vier Videos an Heiligabend. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich denke mal, das ist ein kleines X-Mas-Present, auch wenn das natürlich nur so ein ganz klein wenig ist. Wir haben zweimal F in den Trainingsanleiten. Einmal für Christen, einmal für Bart Finn, was natürlich nicht so nice ist. Aber wir haben ein bisschen Pause. Das heißt, unsere Spieler können regenerieren und werden jetzt eine Woche noch wegen Länderspielen nicht mit von der Partie sein. Beziehungsweise einfach keine Partien haben. Als nächstes geht es dann gegen den VW Bochum. Die sind in der Tabelle, glaube ich, momentan Siebter. Also gar nicht mal so weit unten. Das heißt, es wird keine einfache Partie gegen die Männer vom VfL. Vorher trainieren wir natürlich nochmal. Diesmal die Ergebnisse C, 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 D, D. Einmal Doppel-D ist an sich gar nicht schlecht, aber die Dreifach-C hätte ein bisschen besser sein können. Trotzdem steigt Hesel in seinem Rating. Auf 74 haben wir genug trainiert, sodass er mittlerweile jetzt ein besseres Rating hat, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und Bochum, sehe ich gerade, ist nicht Siebter, sondern irgendwie knapp darunter, denke ich mal. Können aber natürlich noch ein bisschen nach oben kommen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht unseren Vorsprung verspielen gegen Fortuna Düsseldorf. Und das wollen wir natürlich heute machen. Allerdings müssen wir in der Startelfstellung gar nicht mal so viel verändern. Denn wir haben weiterhin unseren Verletzten Ryan Gould. Das heißt, der kann nicht spielen. Kelechi Ihanacho ist weiterhin nicht verfügbar. Der wird aber diese Episode noch sein Comeback feiern. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Christopher Nöte. Ne, Ryan Gould ist sogar fit. Was rede ich denn da? Kelechi Ihanacho ist weiterhin der Verletzte. Fabian Klos kommt in die Startelf für Christopher Nöte. Und ansonsten müssen wir schon gar nicht mehr viel verändern. Dann Florian Dick will weiter auf rechts spielen. Sonko Sundberg will weiter auf der Bank sitzen. Diersen steht in der Startelf. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir drei Punkte. Und ich glaube, wir machen nochmal irgendwas vor diesem Spiel jetzt hier. Ach genau, wir müssen noch hin simulieren. Haha, das war natürlich jetzt super. Das Training machen wir übrigens nach dem Spiel. Also seid gefasst. Ich wünsche euch viel Spaß. Und bis gleich. Der Tabellenführer Minja Bielefeld zu Gast beim VfL Bochum. Die Bochumer momentan auf Tabellenplatz 9 angesiedelt. Natürlich ging den Tabellenführer ein großes Spiel. Und das am Montagabend natürlich als Top-Spiel. Eine richtig schöne Begegnung. Das Stadion natürlich ausverkauft. Unter Flutlichtspielen versteht man in Bochum eine Menge Freude. Und das sollte sich heute natürlich so widerschlagen. Tabellenplatz 8 momentan. 38 Punkte, 20 weniger als der heutige Kontrahent. Aber immer noch die Chancen, theoretisch weiter nach oben zu rutschen in der Tabelle. Und die wollten die Bochumer natürlich heute mit der Unterstützung ihrer Fans am Montagabend definitiv wahrnehmen. Auf der anderen Seite die komplett im weiß gekleideten Bielefelder. Die beste Abwehr der Liga weiter mit 13 Gegentoren. Die zweitbeste Abwehr 24 Gegentore. Also das ist die größte Stärke der Arminia. Und der Grund, warum sie in der Tabelle so weit oben stehen. Unter anderem natürlich auch Wolfgang Hesel, der Keeper. Der Kapitän der Arminen. Heute ja zu Gast. Nicht an alter Wirkungsstättern, aber einer Erwirkungsstärke, an der er in Vergangenheit schon sehr viele gute Spiele absollwiert hatte. Manuel Reimann im Tor. Auf der anderen Seite davor Che Lodzschi zusammen mit Bastian Schimonek, Perdelos, Silla, Weiß, Eisfeld, Marseille, Terodde und Marco Terrazino. Gerade die Offensivreihe mit Terodde, Terrazino und Marseille. Sehr, sehr torgefährlich. Das musste auf jeden Fall Wolfgang Hesel ein bisschen Kopf zerbrechen. Bereiten auf anderen Seite an der im Tor. Dirk Christensen, Börner, Schuppern, Diersen, Finner, Affane, Gold, Lorenzen und Fabian Klos. Erstmal seit Ewigkeiten wieder in der Startelf hatte Nöte in den Trainingsleistungen daraus verdrängt. Und natürlich den Vorzug gehalten vor dem noch verletzten Kelechi Iheanacho. Beide Teams waren bereit für den Anfang dieser Partie. Und es sollte relativ spannend werden. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Es sollte keine langweilige Montagabendpartie werden. Schiedsrichter Heiner Schnitti trifft das Ganze an. Und wir springen direkt rein in die erste Szene der Partie. Und die fand so in der Anfangsphase noch statt. Nach knapp zwölf Minuten Ball auf Melvin Lorenzen. Und der zieht einfach mal ab aus der Distanz. Allerdings kein Problem für Riemann, der den Ball da locker aus der Luft pflücken kann. Es ging weiter mit Amina Bielefeld. 16. Minute. Sie spielten richtig gut nach vorne. Das ist Ryan Gold mit dem Ball auf Fabian Klos. Und der Versuch mit dem starken rechten Fuß zieht er am Tor vorbei. Das hätte 1 zu 0 sein können. Aber der Routinier scheitert hier an sich selber und bringt den Ball nicht im Kasten von Riemann unter. Dementsprechend hatte Bochum ja noch dann nicht das 0 zu 1 kassiert und spielt dann selber. Erstmal ist nach vorne nach knapp 20 Minuten. Das ist weiß mit dem Ball ja in die Mitte nochmal zurückgespielt auf Terotte. Aber dann ist außen plötzlich Platz für Marseille. Der flankt in die Mitte auf den zweiten Pfosten. Da steht Eisfeld und er macht das 1 zu 0 für VfL Bochum. 20 Minuten gespielt und der VfL-Viertel gegen Amina Bielefeld. Schöner Angriff. Wunderbar vorgetragen über die rechte Seite. Im Ende fällt die Flanke von Marseille und Eisfeld ist umgedeckt. Und das darf es natürlich nicht machen. Der ehemalige, ja, Ganner, der ehemalige Mann vom FC Asene mit der Flanke, die er hier wunderbar verwerten kann. Der Volley mit links. Hesel ist chancenlos und die Amina versuchte natürlich zu antworten. Gold wieder auf Klos. Aber er scheitert erneut an Riemann. Das war momentan so ein bisschen das Problem. Klos ja nicht mehr der alte Goalgetter, der jede Chance reinmachte, jede Halbschance verwertete. Allerdings bekam sie trotzdem weiter die Möglichkeit. Ein langer Ball auf Melvin Lorenzen. Er das Lauftour gegen Bastians gewinnt. Der das dann schwach macht. Im Zweikampf wegrutscht Melvin Lorenzen mit dem 13. Saisontor für den Deutschengländer. Der trifft nach langer, langer Pause endlich mal wieder. 40. Minute der Ausgleichstreffer für die Amina. Das war schwach gemacht von Bastians. Der da erst die Gretsche auspackt, dann mehr oder weniger wegrutscht. Und dementsprechend Lorenzen die zweite Chance gibt. Ist schneller im Laufduell. Und hier rutscht er dann weg, beziehungsweise packt die Gretsche aus. Was komplett unnötig war. Riemann kann nichts machen. Und dementsprechend der Ausgleichstreffer. Damit ging es dann in die Halbzeit. 1 zu 1 zwischen dem VfB Bochum und Amina Bielefeld. Die Bochumer hatten eine gute erste Halbzeit abgeliefert, haben wenig zugelassen. Mit einem guten Konter das 1 zu 0 erzielt. Allerdings dann durch einen kleinen, bitteren Fehler das 1 zu 1. Kassi in der zweiten Halbzeit konnte man das natürlich kompensieren, wenn man genauso weiterspielte. Allerdings kamen sie aus der Halbzeit, naja, sogar stärker raus. Gingen direkt wieder in die Offensive. Das ist Pertl mit dem Ball, den er wunderbar nach vorne trägt, auf Simon Terodde. Der zieht einfach mal ab und Hesel muss eingreifen. Wunderbare Parade des Keepers. Der Amina, der Routinier im Kasten, hält den Ball gut fest. Melvin Lorenzen noch wandern seit dem Laufduell gegen Lusilla. Er hat erfolgreich die Flanke in die Mitte und da ist Klos aus 5 Metern. Und momentan ist der einfach nicht kalt vom Tor. Haut den Ball da ohne Rücksicht auf Verluste über den Kasten. Das hätte das 2 zu 1 sein müssen aus 5 Metern. Kann man den schon mal machen. Er macht ihn hier nicht und dementsprechend vergibt er die größte Chance. Einmal durfte er noch nach vorne kommen. Der Ball auf Ryan Gold, aber wieder eine klasse Reflex von Reimann, der den Ball zur Ecke abwehrt. Riemann natürlich, Entschuldigung. Gold, der Schotter auch seit Ewigkeit nicht mehr erfolgreich gewesen. Kann den Ball hier nicht im Tor unterbringen. Die anschließende Ecke auch von ihm in die Mitte gebracht. Und zwar in die Mitte auf den Kopf von Melvin Lorenzen. Der Kopfball allerdings abgewehrt. Nochmal rausgeschlagen dann von Eisfeld. Und es gibt einen weiteren Eckball. 77. Minute auf den Kopf von Dennis Mast. Mittlerweile eingewechselt. Aber wieder Riemann da und haut den Ball aus der Gefahrenzone im Endeffekt raus. Novi Oka ist dann auf der anderen Seite nochmal in der 90. Minute mit einem Versuch für Bochum. Die hatten lange gut dagegen gehalten und hatten jetzt nochmal die Chance. In der 90. Minute Tirodde scheitert aber an Julian Bernhard, der den Ball noch zur Ecke abwehrt. Das war die letzte Aktion der Partie. Riesenchance für den VfL. Aber sie können die drei Punkte nicht mitnehmen. Können sie nicht zu Hause behalten. Einen Punkt zumindest entführt die Aminia auch dank Wolfgang Hesel aus dem Stadion der Bochumer. Bitter natürlich, dass sie die Riesenchancen unter anderem von Klos und Gold nicht nutzen konnten. Sie waren überlegen. Sie waren das bessere Team. Im Endeffekt hat Bochum sich aber den Punkt erkämpft und verdient. Und dementsprechend trennen sich diese beiden Mannschaften im Topspiel der zweiten Bundesliga. Das ist wirklich ein Fahr mit 1 zu 1. Klos ist leider nicht mehr der Alte, muss man leider so sagen. Der war in der Drittliga-Saison ja für Bielefeld richtig, richtig stark. Auch in der Realität ist er momentan noch ziemlich stark für die Bielefelder. Gerade zu Hause einer der Torgaranten bzw. mit der Einzige, der da überhaupt Tore mal erzielt. Allerdings, naja, hier bei uns habt ihr gerade gesehen, den kann man schon mal machen. Auch an einem schlechten Tag. Da will ich ihn gar nicht so sehr kritisieren. Aber trotzdem, ja, ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Ich weiß nämlich nicht, wen ich da spielen lassen soll. An sich ist Klos nochmal vom Rating her besser als Nöte. Aber Nöte ist halt irgendwie effektiver und mir irgendwie auch sympathischer. Weil Klos halt, der ist routinier. Der ist quasi schon fast eine Legende bei Bielefeld. Aber ich weiß es nicht. Schreibt meine Kommentare, was meint ihr? Christopher Nöte oder Klos? Wer sollte den Vorzug erhalten? Aber ich habe ja schon angekündigt, Kelechi Ihanaccio ist zumindest wieder so fit, dass er demnächst wieder spielen kann. Und dementsprechend ist sowieso die Frage nicht mehr so lange da. Trotzdem, für die nächsten Partien sollten wir da nochmal eventuell, ja, beziehungsweise auch für eventuelle weitere Verletzungen sollten wir da eine Alternative haben. Hesel möchte mehr Gehalt haben. Natürlich wollen wir ihn den Wunsch erfüllen. Das ist unser bester Keeper, beziehungsweise der Keeper überhaupt. Der beste Spieler, den wir im Kader haben. Mit seinem 74er-Rating, abgesehen von Ryan Gold, der ja nur geliehen ist. Möchte aber 40.000 haben. Und das können wir uns beim besten Willen einfach nicht leisten, wenn wir Bad Finde behalten wollen. Und dementsprechend können wir das einfach nicht machen. Suchen schon mal nach einem Ersatzkeeper. Samuel Radlinger habe ich da auf meiner Liste. Das sieht einfach daran, dass der Kollege geglitscht ist und dass man natürlich das ausnutzen könnte. Allerdings weiß ich noch nicht so wirklich, ob ich das mache. Ihr habt übrigens in die Kommentare geschrieben, was den Vereinswechsel angeht. Da seid ihr so ein bisschen zwiegespält. Das kann ich auch verstehen. Teilweise sagt ihr ja, das ist oder klingt nach einer relativ guten Idee. Teilweise sagt ihr auch, nee, bleib mal lieber bei deinem Verein. Das ist auch keine schlechte Sache. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Darum geht es jetzt aber auch im ersten Fall gar nicht. Denn wir spielen jetzt erstmal gegen Eintracht Braunschweig in der nächsten Partie. Und ich danke mal, das wird richtig spannend. Viel Spaß und bis gleich. Top Spiel der zweiten Bundesliga zum zweiten Mal hintereinander. Die Arminia zu Gast. Diesmal ist der Braunschweiger Turn- und Sportverein in der Schüko-Arena der BTSV. Die Eintracht, die ja vor drei Jahren mal in der Bundesliga ein kleines Gatspiel hatte, direkt wieder abgestiegen war. Es sieht momentan so aus, ob die Arminia tatsächlich der nächste Aufsteiger sein sollte, der etwas mehr aus dem Norden kommt. Natürlich sind die Ostwestfalen nicht direkt aus dem Norden, aber so in der Richtung und mal sehen, was da so passieren wird. Es scheint so, als ob man sie nicht mehr wegkriegen würde. Und natürlich wollte Braunschweig heute trotzdem ihr Bestes versuchen, um irgendwie den Favoriten noch zu ärgern. Amir Giekewitz im Tor unter anderem einer der besten Keeper der zweiten Liga, der die wenigsten Tore mitkassiert. Spieler im Fokus, Melvin Lorenzen, zuletzt sein 13. Saisontor geschossen. Mittlerweile hat er da ein paar Leute, die aufholen, unter anderem Jimmy Hoffa mit 10 Toren und Simon Terodde, der in der 90. Minute zuletzt die Riesenchance gegen den DSC vergeben hatte. Die beiden mit 10 Saisontoren. Da stehen trotzdem noch drei Punkte Vorsprung. Das heißt, er sieht momentan gut aus für die Torschützenkanone, gut für den Aufstieg der Arminia. Wir gucken uns die Startaufstellung an. Da hat sich nichts geändert im Vergleich zur letzten Woche. Abgesehen davon, dass der Kollege Fabian Kloos nicht mehr so unumstritten in der Startelf stand. Die Fans forderten Christopher Nöte. Kelechi Janaccio ja weiterhin verletzt. Heute zumindest mal wieder auf der Bank. Aber die Fans wollten trotzdem eine Nöte haben, denn Kloos zuletzt mit schwachen Leistungen. Auf der anderen Seite Gikiewitz, Ufuzu, Ayedekali, Bafo, Korea, Reichel. Dazu natürlich noch Kollege Adam Matuschik, Boland, Omladic und Franco Niel zusammen mit Jan Hochschalt in der Offensive. Das sieht an sich ganz stark aus. Das Problem ist, wie gesagt, bei der Arminia Montagne. Die Offensive zwar trifft Lorenzen jetzt anscheinend wieder, aber gerade Kloos hat einfach seine Kaltschnäuzigkeit in den letzten Wochen, in den letzten Monaten verloren. Und dementsprechend wollen die Fans lieber Christopher Nöte haben. Wie Trainer MGT darauf reagieren wird, ist noch nicht ganz klar. Wir springen rein in die Partie. 23 Minuten gespielt und die erste Chance für die Arminia-Flanke von Dick. Und da ist Fabian Kloos mit dem Kopfball. Aber auch der war wieder nicht so stark. Es gibt den anschließenden Eckball, aus dem aber nichts wird. Es geht weiter mit Action von Arminia Bielefeld. 40. Minute, Bart Finne mal mit einer Flanke in die Mitte. Und die wird richtig gefährlich für Christopher Nkike. Witz kommt nämlich direkt auf den Kasten. Hat er das zuletzt mal gemacht, wo er den Ball gegen den KSC auf die Latte geschossen hat. Hier allerdings ist der Ball von Polen dann sicher gefangen. Dann kommt mal der BTSV nach vorne mit Matuschik. Aber Hesel ist da und kann den Ball nach 45 Minuten locker halten. Es war eine relativ unspannende Partie. Und es gab wenige Torchancen, wenn da mal beispielsweise über den Konter. Hier Ryan Gold, klasse Ball mit. Dann der Ball weitergeleitet auf Fabian Kloos. Der wie gesagt in Kritik stand. Das hier aber gut macht mit der Flanke auf Lorenzen. Aber der kommt nicht ran. Und dementsprechend bleibt es weiterhin beim 0 zu 0. Damit ging es dann in die Kabine. Null Schüsse, null Tore für Melvin Lorenzen zuletzt getroffen. Aber aus einer Krise anscheinend immer noch nicht ganz befreit. Das Tor war ja auch mehr Glück als Verstand. Zweite Halbzeit musste ein bisschen was besser werden. Auf beiden Seiten noch nicht so viele Chancen. Wie gesagt, sie versuchten aber weiter nach vorne zu spielen. Florian Dick nach 66 Minuten mit der Flanke auf Christensen. Allerdings kommt er nicht an den Ball. Es gibt aber zumindest eine Ecke für Diamia. Und da sind sie theoretisch gefährlich. Ball reingebracht von Tim Diersen in die Mitte. Und da steht Ryan Gold mit dem Kopfball. Das sieht auch gut aus. Aber der kleinste Mann auf dem Platz. Wenn der schon mit dem Kopfball aufwartet, dann ist das immer kein gutes Zeichen. Tim Diersen ging dann aus der Partie. Genauso wie Melvin Lorenzen. Dafür kam Kelechi, Ihiya Nacho und Noah Sonko Sundberg in die Partie. Ja, Christensen rückte auf die 6. Sundberg in die Verteidigung. Und Lorenzen ging raus für den Nigerianer, der wieder genesen war, noch nicht bei 100%. Aber zumindest mal ein kleines Gatspiel wieder haben sollte. Und er hatte direkt eine richtig gute Chance. Das ist Ryan Gold mit dem Ball auf Fabian Klos. Der legt weiter auf den Nigerianer, der das echt klasse macht. Setzt sich gut durch mit dem schwachen rechten Fuß der Abschluss. Aber Gikiewicz ist da und verhindert das 0-1 aus Braunschweiger Sicht nach 83 Minuten. Die letzte Aktion der Partie war das dann trotzdem. Es passierte nichts mehr. Braunschweig nimmt zumindest einen Punkt mit von der Schuko Arena. Bielefeld zum zweiten Mal hintereinander nur unentschieden. Momentan läuft es nicht so bei der Aminia. Lässt einfach die Torgefahr vermissen. Vielleicht muss da was passieren. Vielleicht mit dem wiedergelesenen Ilija Nacho. Wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Es sieht trotzdem noch gut aus für den Aufstieg. Ob es wirklich klappt, werden wir auch in den nächsten Wochen sehen. Momentan auch der Bällenführer. Aber der Vorsprung schmilzt. Und das nicht nur bei der Aminia, was die Punkte angeht. Sondern auch bei Melvin Lorenzen, was den Vorsprung in der Tortschütze angeht. Da muss was passieren bei der Aminia. Aber im GT wird sicher was einfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stimme, beziehungsweise meine ganze Verfassung, spricht momentan nicht dafür, dass ich viele Videos aufnehmen sollte. Aber ich mache es natürlich trotzdem für euch. Das Problem ist, dass das Ganze ein bisschen sich verschnupft anhört. Und ein bisschen Heiserkeitserscheinungen. Aber ich denke mal, das wird wieder in den Griff zu bekommen sein. Bekommen zu sein. Irgendwie sowas um den Dreh. Ich hoffe trotzdem, wenn euch das gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da wir werden in den nächsten Wochen sicherlich wieder die drei Punkte einfahren. In einzelne Partien. Nicht nur in zwei Spielen dieser Episode, wo wir heute wieder zwei Punkte mitgenommen haben. Wir verlieren immerhin nicht. Aber das muss nicht heißen. Denn auch unentschieden, wie es ja bei Aminia momentan eine Realität ist, reichen teilweise nicht, um den Aufstieg klar zu machen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Es wird schon werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und fröhliche Weihnachten, beziehungsweise einen schönen Heiligabend mit eurer Familie. Bis dann. Haut rein. Und schau. Haut rein. Und schau. Und schau. Vielen Dank.